Es gibt keinen, der so fresh reactet. Immer real, immer echt, immer echt der Beste. Ey, wenn Sascha reagiert, bin ich ruckzuck da. Ey, wenn Sascha reagiert, man, dann guckst du's an. Wir starten heute mit dem ersten Video, nämlich Eisbaden extrem von AP Thor oder Elb Thor. Also ihr wisst ja, ich bin öfter Eisbaden. Ich war ja auch mit Kai Pflaume, der Ehrenpflaume Eisbaden, Freunde, in den Schwimmdeich. Es war eine Eisschicht obendrauf. Das habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, deswegen haben sich wahrscheinlich dieses Video hier alle gewünscht. Es war eine Eisschicht obendrauf. Wir haben die weggeklatscht mit den Füßen und sind reingegangen mit der Ehrenpflaume, Freunde. Aber, dann schauen wir mal rein, was der jetzt los ist. Eisbaden extrem, Freunde. Let's go do it. Für was? Lange labern. Schauen wir uns das Ganze mal an, was da jetzt auf uns zukommt. So, Kopfhörer sind oben. Switchen wir hier mal rüber. Nämlich ApeZor. 999.000 Abonnenten. Was? Kurz vor der Million. Das Video geht nur 1 Minute 23. Alles klar, das ist jetzt aber nicht lang. Schauen wir einfach mal, was uns da jetzt erwartet. Das fühle ich schon mal an. Schnell mit der Motorsäge hier. Speedhund. Und Finneis 9. Norwegen. Jänner 2019. Wahrscheinlich gefühlt minus 20 Grad. Und er fährt hier gefühlt nackt herum mit einer fucking Motorsäge. Was? Ist das ne Wodka-Werbung? Freunde, warum schauen wir uns ne Wodka-Werbung hier an? Das ist ein Fitness-Kanal. Das ist ein Fitness-Kanal. What? Was? Was? Aber Fitness-Technisch muss man schon sagen, er ist ein sehr, sehr sauberer Köpfler. Also Körperbeherrschung auch nach dem Wodka definitiv noch on point. In diesem Sinne, Nastrovje, mein lieber ApeZor. Checkt mal diese Technik hier aus, Freunde. Oh. Was? Schauen wir uns da an? Okay, okay. Jetzt weiß ich, wieso Eisbaden extrem. Was? 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 War das jetzt norwegisch? Ich seh... äh... hä? Pfff... Pfff... Nochmal! Pfff... Pfff... Immer die Moska-Werbung. Na gut, unterstützt doch Produktplatzierung steht ja schon drin, Freunde. Aber lieber hier zugreifen, genau hier, wie ihr seht. Ja, da, da steht's. Ja, anstatt bei dem hier. Nur mal so nebenbei. Ja. Ja, da ist Blut! Was für ein Ehrenmann, das hat er fast schon Legendenstatus hier, dieses Video. Das fühlt sich bei mir so an, wie so ein richtiger, richtiger Oldschool-Humor, so wie so ein 50-jähriger Onkel, der mal YouTube-Videos macht und einfach nur Scheiße bauen will, genau so fühlt sich das an. Aber, aber Hardcore, aber Hardcore. Na, Freunde, wie legendär, wie legendär ist das Video, wie legendär ist das Video, bitte. Und das war's, und das war's, und das Video hat 19 Millionen Aufrufe, kann man schon sagen, eigentlich zu Recht, eigentlich zu Recht, muss man schon sagen, vor allem dieser Ton hier hat es mir richtig angetan, hat den ein richtig Gefühl, wo war der, hier, hier, ja, genau, jeder rollt schon rum, wenn es ein bisschen kalt ist draußen und er fährt mit minus 20 Grad mit dem Schlittschuh, trinkt Wodka und kommt beim Eis wieder raus. Was für ein Ehrenmann, AIM-Thor, hier, mach mal die Million voll, was soll das? Krasses Video, Freunde, was schickt ihr mir da für eine Sachen? Holy shit, ich werde dann später mal die anderen Videos hier auschecken. Die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Oh, yeah, 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 yeah.